Sieht alles gut aus, Benni. Wie verträgst du die Medikamente? Gut. Und nimmst du sie auch regelmäßig? Mhm. Kannst dich wieder anziehen. Wir werden die Dosis deiner Medikamente noch mal erhöhen. Das hilft dir, dass du dich besser kontrollieren kannst, wenn du wütend bist. Und wenn du merkst, dass du sehr müde bist oder gar keinen Hunger mehr hast, dann sagst du Bescheid, ja? Ja. Gehst du wieder zur Schule? Nö. Noch immer suspendiert. Ist sowieso eine Schule für Behinderte. Gib der Schule noch eine Chance. Du bist doch schlau. Ich weiß. Was willst du denn mal werden? Gezieherin. Habt ihr einen Knall oder was, Benni? Du beruhigst dich jetzt. Sofort ist das klar. Wir haben angefangen. Das ist mir scheißegal. Alles kam zu hoch. Los, drehen die Hau ab, du. Fahr an, auf. Komm, genau. Extra Einladung oder was? Schia. Benni, du bleibst jetzt hier, bis du dich beruhigt hast. Das ist das klar. Und wenn du dich beruhigt hast, dann hole ich dich wieder. Tschüss. Tschüss. Sag, dass ... Als das ... Keine Sorge. Das ist Sicherheitsglas. Untertitelung des ZDF, 2020